Im Herzen der Altstadt von Bautzen öffnet für Sie täglich ab 11 Uhr in der Heringstraße 7 der Alte Bierhof seine Pforten. 1641 erstmals urkundlich erwähnt, lädt Sie das historische Restaurant zu einer kurzen Reise in die 1000-jährige Geschichte Bautzens ein. Der Alte Bierhof wird seinem Namen vor allem mit einer großen Auswahl des köstlichen Gerstensaftes gerecht. Kulinarisch werden Sie dazu mit traditioneller, altdeutscher und auch regionaler Küche verwöhnt. Der Alte Bierhof bietet Ihnen zu jedem Anlass den passenden Rahmen, sei es das romantische Essen zu zweit oder eine Hochzeitsveranstaltung. Sie genießen auserwählte Speisen aus unserer Küche mit dem Blick für das Schöne angerichtet. Probieren Sie dazu auch die Biere aus unserem umfangreichen Sortiment. Wenn Sie möchten, auch als kleines oder großes Probierbrett. Für Ihre Feier nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir gestalten für Sie das perfekte Erlebnis in einem unserer zahlreichen Räume. Vom oberen Gastraum aus, aber auch von unserer wunderschönen Terrasse, welche einmalig in Bautzen ist, erleben Sie einen einzigartigen Blick auf das Wahrzeichen der Stadt, die alte Wasserkunst und die wunderbare Oberlausitzer Bergsilhouette. Genießen Sie einfach den unvergleichlichen Ausblick auf das Spree-Tal. Alte Bierhof, Ihre erste Adresse in Bautzen, nicht nur für den kleinen und großen Durst.